hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von torj tv ich bin euer torren 137 und heute kümmern wir uns mal um eine auszeichnung auf die alle schon brennend wartet und zwar ist hier im open world bereich welt im wandel so und da habt ihr hier diese da zerstören und während des neujahrs 25 laternen mit dem toyota at 38 oder 37 das ist ja ab heute im prinzip beziehungsweise ab dieser woche ja möglich gut setzen uns auf das anpin und ich zeige euch mal wie ihr bekommt auch wenn ihr den wagen nicht habt also ihr braucht den wagen nicht zu haben kann das trotzdem schaffen ich zeige euch kurz wie dritte war start geht dann auf creative hub und hier super 7 herausforderungskarten und dort geht er dann auf die vierhechtaste also suchen freigabe code 7 2 7 4 6 4 3 2 3 bestätigen und dort hier ist eine wunderschöne blaupause gemacht und die starten wir jetzt mal hier werden wir jetzt durch eine sehr interessante welt geführt die ich mir nur grob mal angeschaut habe und eigentlich wenn alles richtig läuft sollten wir diese auszeichnung bekommen auch wenn ihr das auto nicht habt probieren was hier steht follow the planes to smash the lanterns ok wir folgen den flugzeugen gucken wir mal sehr störe 25 laternen da links seht ihr das angepinnt ok und ihr seht schon der zähler links im bild zählt schon runter das hat den vorteil also ihr könnt entweder schauen dass er einfach nachts hier herfahrt da gibt es hier nämlich laternen in den dünen oder oder eben einfach hier die blaupause nehmen den wagen ruhig tunen können aber egal das wird seinen zweck erfüllen 14 haben wir schon ich hätte ihn wirklich tunen können das soll es keine böse kritik sein damit ein echten bisschen tunen können 21 22 22 gleich haben wir es leute gleich haben wir es 23 24 25 ok und ihr seht links unten haben wir es geschafft das war es einfach nur beenden veranstaltung beenden like natürlichen like hat er sich mega verdient absolut geil jetzt schauen wir mal ob wir die acolyte die auszeichnung bekommen haben dazu drücken wir wieder start den freigabe coach schreibe ich übrigens in die beschreibung rein also erst im titel und in der beschreibung dann auszeichnung 1 da ist es tatsache welt im wandel voila wir haben es saubere sache wenn euch das video gefallen hat wenn es mir sowas gebracht hat schickt mir und dann lasst mir like da folgt meinem channel ich werde regelmäßig jede woche solche videos machen ich wünsche euch viel gesundheit und ja bleibt straight euer thorgan 137 bis denne 3 4 5 6 7 11 14 15 15